Wie haben wir uns für das Final Four der besten Mannschaften in Europa qualifiziert? Wir haben uns für das Final Four der besten Mannschaften in Europa qualifiziert, hatten aber bis dahin dann noch keinen Titel in der Hand. Wir hatten den Pokal verloren, wir hatten den Supercup verloren gehabt. Und insofern war es enorm wichtig, dass wir die Meisterschaft gewinnen. Und damit war das Ganze dann abgerundet. Auf der einen Seite den deutschen Meistertitel bestätigt und auf der anderen Seite unter die ersten vier Mannschaften in Europa gekommen, besser hätte es nicht laufen können. Natürlich, wenn man Meister ist, kann man nicht sagen, ich will nächstes Jahr mal gucken irgendwo landen, sondern man will mindestens wieder ins Endspiel kommen. Wir wollen die Position, die wir uns jetzt erarbeitet haben, in Deutschland weiter festigen. Also ein Titel sollte mindestens dabei rauskommen. Und dann in Europa haben wir auch immer mehr in den letzten Jahren Schritte nach vorne gemacht. Wir versuchen das Ganze mit einem netten Event, wo gerade Familien und Jugendliche hinkommen können, ihren Spaß haben, kurzweilig, mit vielen Programmpunkten, die wir um das Spiel herum aufbauen, für die Zuschauer attraktiver zu machen. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn?